Ein herzliches Grüß Gott aus dem Herzen Bayerns, dem Wahlkreis Ingolstadt. Im Zentrum des Wahlkreises liegt die Stadt Ingolstadt an der Donau. Eine wirtschaftlich starke Stadt, auch dank der Automobilindustrie. Sie alleine macht 46 Prozent der Arbeitsplätze in der Stadt aus. Nördlich davon liegt der Landkreis Eichstätt und das Altblüthau. Eine wunderschöne Urlaubsregion. Die Stadt Eichstätt ist zudem noch Sitz des Bischofs und unserer Universität. Westlich von Ingolstadt liegt das Donau-Moos und die Stadt Neuburg an der Donau. Das Donau-Moos ist das größte Niedermoor Süddeutschlands. Neuburg ist eine Stadt mit Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Bundeswehr und seit kurzem auch mit einer Hochschule. Diese vielfältige Region darf ich seit 2009 im Deutschen Bundestag vertreten. Und ich konnte in der Zeit einiges für unsere Heimat und für Sie auf den Weg bringen. Zum Beispiel die Errichtung von Lärmschutzwänden an der Autobahn, die Modernisierung von Bahnhöfen oder die Sanierung von Denkmälern. Zahlreiche Fördermittel sind in dieser Zeit in die Region geflossen. Für Zukunftsprojekte der Hochschulen, zur Stärkung der Kommunen und der Wirtschaft oder für Freizeiteinrichtungen für die Bürger. Ich bin aber noch nicht fertig. Mein Kopf ist noch voller Ideen und ich kann Ihnen versprechen, ich werde mich weiterhin mit aller Kraft für Sie einsetzen. Dafür bitte ich Sie bei der Bundestagswahl um Ihr Vertrauen und um Ihre beiden Stimmen. Vielen Dank.